hallo ihr lieben heute mache ich mit euch wieder ein neues video und diesmal zum thema taufe ich bin nächste woche auf eine taufe eingeladen und ich brauche noch eine taufkarte und da wollte ich einfach mal drei vorbereiten ich habe mir das papier von fabrika dekoro dazu genommen diesmal ist es fanny foxgill das sind aber quasi nur die hintergrundpapiere die ich benutze also nicht den fuchs selber genau und zum schluss würde mich dann noch euch noch interessieren welche karte euch denn am besten gefallen hat das werden wir dann gleich rausfinden ich weiß noch nicht welche mir am besten gefällt ja schauen wir doch einfach mal ich zeige euch jetzt kurz gleich den blog im anschluss noch mal die einzelnen seiten und dann fangen wir auch schon an zu basteln dann würde ich sagen ich zeige ich später noch was ich zusätzlich benutzt habe und wir schauen uns die karten einfach noch mal ganz in ruhe an also bist klar bis später gleich so 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 can you hear me Everybody on the dance floor Sam, dance, dance floor Can you hear me? Everybody on the dance floor Sam, dance, dance floor Can you hear me? Couldn't get you Oh, sugar Can you hear me? Couldn't get you Oh, sugar Can you hear me? 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 Amen. 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 So, dann zeige ich euch jetzt noch mal, was ich zusätzlich benutzt habe. Das ist einmal hier diese Buchstaben und schon die vorgegebenen Worte zur Taufe und auch diese Pil-Of-Stick-Card. Das habe ich alles von Ideen mit Herz. dann habe ich verwendet einmal diese epoxy dots die habe ich von creative path das ist ein shop bei aliexpress dann noch hier diese glitzer steinchen diese gemstones die gab es mal bei action diese blümchen die habe ich auch mal bei action gekauft von hobbyflora dieses schöne dünne band das ist von bulwurz gewesen das habe ich dann mal ganz günstig erstanden und dann habe ich dieses mal noch jede menge cutting dice benutzt stanzteile stanz und zwar einmal hier die wiege aus dem set von deco time deshalb aber action dann bei der zweiten karte habe ich die drei verwendet das hat hier im video auch schon gezeigt habe ich bei aliexpress mal gekauft genauso wie von der ersten karte das kreuz das auch von aliexpress gewesen genau und zum schluss habe ich auch noch meinen schimmer stift benutzt mich wunderts nicht beiseite und jetzt noch mal die karten ganz in ruhe ich habe auch alle drei karten in drei verschiedenen größen gemacht hier habe ich halt den kinderwagen den kinderwagen das kinderbettchen genommen ach so und das waren auch so kleine stanzteile die habe ich auch von mini mini stanzteile die habe ich auch mal bei aliexpress glaube ich holt dann hier das zur taufe und hier das kreuz man sieht dass es für ein mädchen sein soll deswegen habe ich diese farben benutzt genau das war karte nummer eins das ist karte nummer eins karte nummer zwei dachte ich nochmal also für mich ist das ein bisschen klassischer weil sie jedoch dann mehr dieses religiöse im vordergrund steht hier in silber gehalten genau habe ich auch nur ach so das habe ich mit velum hinterlegt dann hier dieses zur taufe mit dem buchstaben geklebt die epoxy dort sind hier habe ich das schleifenband halt verwendet nicht so viel drauf gemacht soll halt ein bisschen schlichter sein für mich ist das schlichter und nummer drei ist dann schon sehr mädchenhaft aber es ist ja egal ist auch für mädchen habe ich dann die blumen verwendet und dann hier noch mal ein bisschen glitzerpapier das gab es auch mal bei action in so kleinen 15 x 15 blöcken ist das dann noch hier diese gemstones und hier habe ich gedacht das kleid soll für mich so ein bisschen das taufkleid darstellen genau deshalb habe ich diesen hintergrund auch gewählt um auch drei verschiedene sachen zu haben so mich würde mal interessieren welche karte gefällt euch denn am besten wenn ihr ein kind zur taufe hättet worüber würdet ihr euch am meisten freuen schreibt es mir doch gerne in die kommentare sollte euch das video gefallen haben dann würde ich mich natürlich wie immer über einen daumen nach oben sehr freuen genauso darüber wenn ihr meinen kanal abonniert und am besten noch den abo button drückt denn die klingel drückt dass ihr auch immer sieht wenn ich neue videos habe ich habe irgendeine neue kamera kamera halterung deswegen könnte es alles ein bisschen anders aussehen als sonst ich fuchs mich dann noch durch mir ist für die andere kaputt gegangen aber ich hatte schon ein weiser voraussicht eine neue bestellt aber egal so viel nur dazu dann würde ich sagen vielen vielen dank fürs zuschauen und fürs nächste mal gibt es dann vielleicht mal wieder zehn karten video auf jeden fall würde ich das gerne wieder machen wenn es die zeit zulässt also bis dann tschüss